Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich ja, wenn ich zurückgehe, für einen Monat bei ihm einziehen, dass wir uns mal richtig kennenlernen und so weiter. Und dann habe ich ihm das geschrieben, dass ich gerne mal meinen Papa so echt erleben möchte und Abendbrot essen, Frühstücken, rumsitzen, weinen, lachen. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, dass er darum gebetet hat, dass ich das frage. Und dass er natürlich seine Tür offen steht und dass er sich riesig darauf freut auf die Reise und so. Jetzt mit meinem Ex-Freund, wo ich jetzt halt da war, merke ich halt einfach dieses, also dass ich ihn total liebe so. Aber das ist irgendwie kein, also das präsentiert total die Verbindung, die ich mit meinem Vater habe, dass keine Verbindung da ist. So ich komme irgendwie nicht an ihn ran oder weiß ich nicht so. Und ich bin tierisch eifersüchtig. Ich merke, wie ich ständig immer zu 100% die Aufmerksamkeit haben möchte. Und wenn ich sie nicht bekomme, dann kann ich das kaum ertragen. Und das ist, obwohl er total liebevoll ist, total verständnisvoll und Sachen für mich macht. Aber ich kann es nicht fühlen, es kommt nicht bei mir an. Okay, also ich will mich bemühen, also ich will daran, mache alles, was geht. Ja, keine Rücksicht nehmen. Und da gehe ich jetzt einfach mal runter, mir ist eise eise kalt. Schon den ganzen Tag aus, ich werde überhaupt nicht warm, jetzt wird es noch mal so extra kalt. Also in so einem Raum, der vielleicht einen Meter Durchmesser hat, so eine Städter drin. Und das ist total wie so ein Reagenzglas oder so. Aber die Wände sind schwarz. Also das ist Erde, schwarze Erde um mich herum. Also Boden. Ja, für was stehst du überhaupt hier, dieses Tefelloch? Also es kam für den Abgrund, was für den Abgrund ist da dann gemeint? Ja. Ja, jetzt kommt du und dein Vater. Ja, es kommt mein richtiger Vater. Ich habe aber irgendwie mal von beiden so ein Bild fast. Also ich sehe so einen Henker mit so einer schwarzen Maske da, wie früher mit der da eine Axt in der Hand hat. Da ist ein Kreuz, als wenn jemand am Kreuz genagelt ist. Aber irgendwie sieht es aus, als wenn es nur eine Künstler, also eine Stoffpuppe ist oder so. So ein Stoffmännchen. Für was stehst du denn? Ja, es kommt ja du, du Dussel. Okay, werde ich gekreuzigt. Aber du siehst mir halt nicht so ähnlich. Also, ja, warum bist du hier am Kreuz festgenagelt? Und vor dir steht der Henker mit der Axt? Von wem hast du denn den Auftrag, dass du die Puppe da umbringen sollst? Er sagt, von mir. Also von mir. Was wollen wir denn da teilen hier? Ja, dann ruf mal den Chef. Von dir. Also es kommt eine Frau, also so total weiblich und also so richtig auch mit Kostüm, so ganz fein gekleidet und Hackenschuhen und so. Und die kommt da so ziemlich herrscherisch an. Also du wirkst auf mich total eiskahl so und ja, sie zeigt so auf die Puppe da. Ja, die soll einfach umgebracht werden, ganz klar. Da gibt gar keine Debatte. Also sie sagt, ich habe gar nichts gemacht, ich war nur schwach. In welcher Situation warst du schwach? Also ich sehe einen Mann, ich glaube, es ist mein Stiefvater. Der Oberkörper ist nackt, den Unterkörper kann ich nicht ganz sehen und den Rest von dem Bild auch nicht. Ja, und er spielt halt seinen Geschlechtsteil, in ihrem Geschlechtsteil. Er reibt sich da so und schreckt das auch so ein bisschen rein. Sie sieht aus wie, also als wenn sie immer noch so die Beine angezogen hat und, ähm, also wie ein Stein, totaler Staat, also wie, ja, kein Leben drin. Also, ja, wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, aber halt da, wie als hätte man so was angehalten. Diese Steilgeflau von eben, oder kann man die bezeichnen, vielleicht wenn sie so heißen. Ja, wie heißt sie denn? Rate mal. Alisa. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Also, ja, hab ich jetzt nicht gedacht. Ja, also, du bist Alisa? Gut, okay, dann kommen wir in die Situation und dann sag mal, warum du, weil sie macht ja eigentlich gar nichts, warum du diesen Teil, äh, typen lassen willst. Sie sagt, sie ist Gift. Ja, ich geh einfach mal hin und werd jetzt einfach versuchen, die Puppe davon kreuz zu nehmen, ohne jetzt irgendwie was zu sagen. Okay, nicht. Also, wenn ich das Band abmache, dann ist noch der Nagel in der Hand. Wenn ich den Nagel abmache und will grad zum anderen Arm gehen, ist auf der anderen Seite wieder fest. Ich will das sagen und dann sollen die das halt machen, ganz klar, ne? Ja, mach's mal, gucken, ob's geht. Ja, ich möchte jetzt einfach, dass das hier ganz klar, dass sie abgemacht wird, Punkt. Ja, zu dem Henker jetzt mal. Ich möchte, dass du sie abmachst. Ja. Das ist klar. Oder erst mal deine behinderte Axt da weglegst. Okay. Ja, also, er legt die Axt weg. Dann holt sie den Geschlechtsteil raus und holt sie gerne runter. Dann hast du ihn nicht in den Köpfen. Gut. Nimm das wirklich als Symbol von, du bist anscheinend, wenn die Frau ist, die hat nicht die Gefängnisbereite über diese männlichen Energie in deinem Bild. Das ist offensichtlich genau der Ausdruck. Sonst würde er entweder sagen, nee, mach ich nicht, oder er würde es machen, aber stattdessen holt er sie gerne runter. Das heißt, da liegt eine Spannung drauf. Eher Mann reagiert sexuell auf die Punkte. Ja. Ja, warum geilst du dich so an mir auf? Ich habe ja auch richtig einen Druck auf der Brust. Ganz voll. Du musst lauter reden, verdammte Scheiße. Ich kann dich nicht verstehen. Ja. Ich kann dich immer noch nicht verstehen. Also ich sehe jetzt auf einmal in dieser Person meinen Papa, der macht aber gar nichts, der holt sich nicht einen runter. Ja. Und ich sehe meinen Stiefvater, das ist übereinander gelagert. Ja. Und der holt sich einen runter. Also der Hinkern und mein Stiefvater haben genau die gleiche eklige Austragung. Und mein Papa ist also stockernst. Ja, fast ein bisschen nach Start. Ja. Ja klar. Er war nicht da. Letztendlich muss sein Papa auch total für dich da sein und deshalb ist er betroffen und stockernst. Die Situation ist auch ernst. Hat ganz eine Tochter missbraucht und er ist nicht da. Ja, also er ist fast abwesend. Was macht ja Lisa damit? Weil eigentlich hat sie ja den Hinkernbeauftrag. Wie ist sie da verquickt? Für was steht sie? Also du bist so hart und so eiskalt in deiner Aufstrahlung. Ja, ich habe echt ein bisschen Angst vor dir. Ja. Weißt du mal, ob sie das brauchte, damit sie alles managen konnte und überleben konnte? Ja, brauchst du das so hart zu sein, um das alles zu managen? Ja, also sie lacht jetzt so zynisch und so. Ja, sicher, mein Kind. Ja. Kennst du das nicht von dir aus deinem Leben, dass du das auch schon manchmal gesagt bekommen hast? Du bist so hart und eiskalt und abgeschnitten und zynisch. Das ist wahrscheinlich der Teil, ne? Eiskalt, ja. Ja. Was willst du machen, wenn so Männer kommen mit ihren Schwänzen und du bist als Kind, musst du das mit irgendeiner Qualität managen. Dann kannst du dich nur abschneiden und das halt wieder hinkriegen. Wenn sie das repräsentiert, dann ist das der Anteil, ja. Ja. Das heißt, eigentlich muss diese Alisa, der Teil, irgendwie diesen Teil, der da am Kreuz hängt, der sensible, die müssen zusammenkommen wieder. Ja. Genau, ne? Weil die dürfen sich nicht töten, ne? Ist klar. Sie gehören zusammen irgendwie. Sie wird jetzt ein bisschen weich, so? Selbstständig autonome Anteile, die haben einfach automatisch gemacht. Wenn die Situation kam, zack, war die da. Und da wir immer mehr integrieren, musst du immer mehr so die Führung übernehmen. Also sie hat den Anteil jetzt abgemacht und hat den so neben sich so im Arm und guckt mich an, ja, was soll ich jetzt machen? Genau, dann sagt sie. Also was taktisch passieren muss, ist auf jeden Fall Integration immer. Das heißt also, die beiden Teile müssen sich irgendwie kennenlernen, akzeptieren, tolerieren und am optimalsten wir es lieben, annehmen, miteinander verschmelzen. Ja, okay. Also sie stehen voreinander und halten sich gegenseitig die Hand. Ja, und gucken sich so an, so als würde man so ganz genau gucken, mit einer Lupe irgendwie. Ja. Okay, ist sehr toll. Guck mal, beide Anteile, die Verschiedenes repräsentieren, sehen sich jetzt an, nehmen sich wach. Ist ja was Tolles. Also die Powerfrau ist ja auch was Tolles. Die braucht es ja auch irgendwann. Wenn die sich paart mit der Sensibilität, ist das natürlich eine super Qualität. Das heißt, die kriegen sie erst mal gegenseitig mit. Und wenn sie sich gegenseitig akzeptieren, also wenn du ganz tief in dir einverstanden bist, das beides gleichberechtigt dir so ungefähr, dann verschmelzen die. Das würde das heißen. Also die umarmen sich auch und drehen sie. Das ist schön. Oh ja. So ein bisschen wie ein Wirbelwind. Ja. Ah ja, dann dauert es nicht mehr lang. Dann müsste ein Anteil mehr rauskommen jetzt gleich. Ja. Das heißt, verschmelzend, genau. Also zuerst dachte ich, dass da eine wunderschöne weiche Frau rauskam. Ja. Aber die hat auf einmal ein Froschgesicht bekommen mit einer Krone auf dem Kopf. Und gestern habe ich eine Karte gezogen mit einem Frosch bei denen. Also gut, ich weiß nicht, ob du es jetzt... Frag mal diesen Frosch. Vielleicht ist er ja verkappt der Prinz oder vielleicht muss über eine Wand geknallt werden. Wie kann ich das denn machen, dass es dich gibt? Du musst diesen Missbrauch spüren. Du musst vom Tellerchen erst in den Bettchen legen. Also geh nochmal in die Situation rein, wo er dieses Mädchen, da die vierjährige, dann missbraucht, sei dieses vierjährige Mädchen und jetzt bring die Qualität ins Leben. Und spür, was dein Stiefvater da macht mit dir. Du willst ganz auf den Frosch beobachten. Der klatscht ihm die Hände, freut sich. Oh ja, dann bist du auch nicht im Weg. Also ich habe ein bisschen Druck auf den Unterleih, weil es soll so Fäuste darauf drücken. Also es ist so, als würde jemand so in meinem ganzen Unterleih irgendwie so anfassen. Und als ich, ach, ich sehe, wie der vor mir steht. Und wie in Trance es sich ganz schnell einen runterholt. Also ich sehe das so, wie in Trance bist du ein bisschen weggetreten. Und du holst dir ganz schnell einen runter. Also so ganz blitzschnell und guckst du in die Luft und solltest du die Augen sich verdrehen. Oh ja, stört ihn mal. Hey! Hallo! Hörst du mich hier unten überhaupt? Das ist cool, er guckt kurz runter. Hey, guck mich jetzt an! Hallo! Hey! Jetzt ist er schon um die zwei Augen. Hallo, ich will jetzt, dass du mich anguckst. Guck mich an jetzt! Verdammt! Also er guckt mich an, aber holst du immer noch einen runter? Er ist schon langsamer geworden. Jetzt hör mal auf damit. Hallo, ich bin vier Jahre alt, alter Mann. Und du liegst hier und holst dir einen runter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bist du noch... Hallo? Weißt du, ich liege hier so und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Und ich weiß überhaupt nicht, was überhaupt passiert. Und ich liege hier wie erstarrt und sehe, wie du da abgehst. Und habe total Angst vor dir. Ich weiß überhaupt gar nicht, was hier gleich passiert. Ja, du wärst jetzt gerade ein bisschen bewusster. Und ich finde es auch gut, weil du hast mir jetzt einfach mal zuzuhören. Verdammt! Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, dass du hier in meiner Inwelt bist und dir ständig wichsend rumläufst und dir einen runterholst. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann mir rumfummelst und ich weiß nicht was. Mein Gott! Hol dir woanders einen runter oder geh zu meiner Mutter oder schließ dich irgendwo in eine Kammer und wichst dir einen. Mein Gott, aber nicht vor mir. Ich bin nicht deine Wichsvorlage. Ich bin keine Puppe, die man rausholt und dann voll wichst. Ja? Und zeig mir ruhig, dass diese Puppe da am Kreuz schon war. Die war getötet. Er hat die getötet. Weißt du, die hängt da am Kreuz. Und ja, es ist schon völlig weg. Ich finde dich total assig. Ich finde dich total eklig, wie du hier stehst als alter Mann und dir da in wildwichsender Weise vor mir stehst und dir da einen runterholst. Ich finde das total erbärmlich. Ja, also es ist schon so ein bisschen so, dass du mir leidtust. Weiß ich nicht, so ein alter, perverser, rumwichsender Belly einfach. So richtig. Ja, nur die Geilheit im Kopf völlig ausgeschaltet und ja, weißt du überhaupt gar nicht wohin und greifst dann noch zum Kind und holst dir da einen runter. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich muss mich erst mal aufsetzen, um aus dieser Position da rauszukommen. Geh dir mal anders einen wichsen oder runterholen, mein Gott, aber nicht vor mir. Such dir eine Frau, geh ins Bordell oder was weiß ich, guck dir einen Porn, hol dir einen runter, keine Ahnung, mach was du willst, aber lass mich ja in Ruhe. Mann ey, du bist so anbärmlich, du bist so ein Stück Scheiße, so... Du bist so, ah, du bist überhaupt so ein neuer Werk, du bist so... Ich möchte so'n Dreck nicht in meinem Kopf haben. Ja. Du bist der letzte Dreck. Also, er guckt mich an, also hört mir total zu, also hat aufgehört mit seinen Sachen da, ist auch nicht mehr erregt und ich hab das Gefühl, du wartest noch auf was, sofort wartest du noch. Also, er sagt, dass du's mir voll gibst und das ist so zweierlei, wie du mich einmal wieder so auf Sex gewinnst und andererseits so... Er will deine Energie haben. Ja, genau. Und Aufmerksamkeit. Das erregt ihn, was du tust. Oh, Mann ey. Ah, hab ich denn? Das ist rausklasse, Mann, Mann! Ey, du kotzt mich so an, verdammte Scheiße, verpiss dich! Ich weiß gar nicht so genau, ob das mein Stiefvater ist, irgendwie... Okay, dann klärt das als allererstes Mal. Also, bist du mein Stiefvater, ganz klar, ja oder nein? Also, er nickt dich an. Ganz klar. Ja, wie lösen wir das jetzt? Ich hab das Gefühl, du hängst noch so ein bisschen an mir. So eine Energie, die so richtig so, ah, noch irgendwie an mir zerrt oder so an meinem Rockzipfel immer noch so, so, so zieht irgendwie. Also, ich hatte eben so ein Bild, aber es kann ja nur symbolisch auch sein, ne? Ehebett meiner Eltern, meine Mutter liegt da und schläft und mein Stiefvater und ich halt auf der anderen Seite, ne? Als du gesagt hast, mach die Augen auf, hatte ich einen Schwanz vor Augen. Ne, das ist irgendwie eine andere. Das ist, da bin ich draußen, im Gras. Und der Mann liegt vor mir. Lass mich in Ruhe, Mann! Guck, wie er geht. Also, der da im Gras liegt, ist völlig unerschrocken. Also, es ist so ein Bild, also da liegt ein Mann auf der Seite, so, ja? Und er ist, als wenn er sich ganz normal mit mir unterhält, aber sein Geschlechtsteil ist erregt. Weil eigentlich ist es eine entspannte Situation. Wir liegen einfach so im Gras. Der Mann liegt aber nackt, der redet ganz normal. Also, das Gesicht und so weiter ist alles ganz normal entspannt, aber das Geschlechtsteil ist einfach, ist erregt so. Und ich habe eher das Gefühl, dass das so dieses, was mich noch behindert in Beziehung mit Männern. Oh Mann, ey. Also, ich gehe jetzt mal nochmal zurück zu dem Bild und guck mal, wie es da ist. Ja. Also, er steht immer noch da, ist aber auch nicht mehr erregt und guckt mich immer noch an, aber es ist jetzt sowas wie von, ach bitte. Ja. Er wird bestimmt noch nicht. Er hat 100% sein Vater zu sein, der wirklich da ist. Lebensgefährte von deiner Mutter. Mann! Es reicht jetzt! Ich habe die Schnauze voll! Jetzt lass mich in Ruhe, Mann! Also, er ist schon ein bisschen zurückgewiesen, gewichelt. Ja. Er ist einen Schritt zurückgegangen. Oh, was soll ich denn noch? Das ist echt... Ich habe irgendwie... das Gefühl, dass da irgendwer ist, und irgendein Anteil von mir, der mir das verschwärmt. Ich möchte, dass der Anteil jetzt einfach auftaucht. Also, da ist ein Anteil, also so eine Kleine, die spielt irgendwie mit Bauchklötzen. Ja. Und mein Gefühl ist nämlich so, dass das nämlich ein Anteil ist, der ganz froh war, dass er überhaupt Aufmerksamkeit bekommen hat. Das kann sein, ja. Und der das jetzt nicht abgeben will. Also, so ist einfach mein Gefühl. Guter Teile, lieber. Bist du der Anteil, der mir das zu schwer macht? Sie will nicht mehr reden. Au. Sie spielt mit ihren Bauchklötzen. Hast du viel Aufmerksamkeit von ihm bekommen? Also, sie antwortet mir nicht. Dann hol doch deinen Stiefvater bei und guck mal, wie die beiden miteinander reagieren. Ja, also, er kommt, nimmt sie auf den Arm und knuddelt sie. Ja, und das ist für mich so ein Gefühl, ich gebe das dafür. Ah ja. Also, ich gebe ihm das dafür. Das hat dich so richtig eingeplant in ihr Verhalten, in ihre Welt, in das Normale. Also, so wirkt dieses Bild auf mich. Ja. Ja, toll. Das ist ganz definiert drin. Tausendmal erlebt, irgendwie rückgekoppelt. Das heißt, sie müsste beteiligt werden bei der Veränderungsarbeit. Ja. Weil es ist so, so ganz klar, ich will es nicht mehr und irgendwas ist da, was mir total schwer macht. Also, ja, sie halt, ne? Ja. Ja, und wie kriege ich sie jetzt dazu? Ich will, ich zeige ihr das einfach mal, was da überhaupt passiert. Mhm, gut. Schau dir mal all diese Situationen an. Alle, die ich irgendwie, die mir jetzt im Kopf kommen. Ja. Also, ich kann es kaum glauben, aber es ist so wie, als würde dir das nichts ausmachen. Ja. Ich zahle lieber den Preis. Ja. Vielleicht hat sie es auch ganz früh kennengelernt, sodass es irgendwo auch was Selbstverständliches hat. Das ist halt so. Hast du das als schlimm empfunden? Also, sie nickt und schüttelt den Kopf. Beides. Beides. Das Problem ist, weil du dich so sperrst, kann ich jetzt keine Beziehung leben. Ich kann gar keine Beziehung mit einem Mann eingehen und ich kann gar nicht... Das sind jetzt jeden vierjähriges Mädchen nicht. Das ist ihre Welt. Gehen wir in ihre Welt. Spüren wir, was da läuft, was da gelaufen ist. Die soll die loslassen? Warum sollte sie? Ich bin wenigstens einer, der für ihr da ist. Ja, das ist auch echt so. Ja. Also, wenn ich da in die Welt gehe, dann habe ich auch gleich so ein Bild, wie ich, was weiß ich, im Bett liege, nachts, und jemand kommt und sich zu... Also, es sind nur die Bilder, ne? Also, mein Verstand ist echt komplett... Ja, ja, ist klar. ...sagt, nee, aber... Ich möchte einfach... Ich möchte nur Geborgenheit von dir. Ich möchte einfach nur, dass du als Papa für mich da bist. Genau. Und dass du mich als Tochter liebst und mich beschützt und... Dein Papa, den echten, den Hund schon mal drückt. Ja, der ist da. Gut. Hat die Hand auf meiner Schulter. Okay. Und ist auch, also, ja, auf meiner Seite und... Also, fühlt mit mir mit. Und am besten deine Mama guckt auch zu. Also, meine Mama von damals, die läuft immer wieder die Treppe runter. Sie ist total wie so ein aufgesteuchtes Huhn. Ja, ich hab's dabei. Also, sie ist da und zittert total. Guckt immer wieder weg, immer wieder hin. Bei der Nüsten sofort wieder gehen. Und du bleibst jetzt hier. Würde das helfen, wenn ich jetzt diesen Anteil, der diese Aufmerksamkeit nimmt und dafür den Preis zahlst, jetzt den Papa zeige, der für mich da ist. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja genau, dann guck mal hier. Hier haben wir doch auch jetzt einen Papa, der für mich da ist. Und das ist der echte. Und das ist unser echter Papa. Ja. Ja, sie guckt so ein bisschen so erstaunt, also so ein bisschen naiv irgendwie und geht dann hin und drückt ihn. Und jetzt gucken wir mal, ob da ein echter Papa die Kleine annimmt. Ja, das ist nämlich das Problem. Also, da stehe ich ja, ne? Und da ist ja mein Papa. Aber der Anteil ist so, das ist nicht meine Tochter. So, als wäre das ein fremdes Kind. Du musst ja nicht einen Monat mit dem zusammen leben. Was heißt, wenn du mal ein paar Tage besuchst, kann ja schon diese ganz tiefe Berührung stattfinden. Mhm. Und das würde dir aber sehr weit helfen. Sagst du deinem Papa, wenn er diese Kleine, die Vierjährige total annehmen kann, dann kann diese Vierjährige diesen anderen Papa, der sie missbraucht, loslassen. Und das ist quasi die Hilfe, die du jetzt von ihm tatsächlich auch brauchst. Ja, vielleicht ist es doch sinnvoll. Er hat ja jetzt ab 11. bis 19. Urlaub, wenn ich jetzt doch für ein paar Tage hinfahre, jetzt nächste Woche. Also, mit Sicherheit ist alles sehr sinnvoll, was dich ganz tief berührt. Mit Sicherheit, ja, ganz klar. Das würde dir mit Sicherheit die ganze Therapie beschleunigen, ganz klar. Also, es ist jetzt schon so, dass er sie, also er nimmt sie auf den Arm und, also er nimmt sie schon an so und freut sich so, aber es ist nicht so, als wenn es jetzt ein echtes Kind ist, so, ne? Also, der Frosch sieht zum einen jetzt noch mädchenhafter aus irgendwie und es ist so, als würde man ganz leicht, also die Frau schon in ihm erkennen können. Also, weißt du, wie so ein Geistbild, was da nochmal drauf gehört, also so ein Morphbild. Ja, brauchst du jetzt die Begegnung, damit du dich transformieren kannst? Ja, das ist ja nicht ganz klar. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, ne? Du bist keine Frau, wenn das andere Kind an Papa schreit. Geht nicht, wie willst du das machen? Du würdest bei jedem anderen Papa schreien. Ja, genau, es ist ja auch so, es ist ja auch so mit meinem Ex-Freund, es ist ja genau so. Ja. Dass ich all das von ihm fordere, so an Aufmerksamkeit und ich weiß nicht, was ich damals nicht bekommen habe, so, ne? Ja. So ist, ja, es ist echt unglaublich. Ja. Muss ich noch irgendwo hin? Die Alisa, gucken wir mal, wo die ist. Und, ja, die Alisa, das ist komisch. Die ist jetzt irgendwie zu einer alten Frau geworden mit Krückstock. Mhm. Und vorhin war sie so eine schöne, junge Frau. Warum bist du denn jetzt so alt geworden? Mein Dienst geht langsam zu Ende. Oh, wow. Das ist ja toll. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Also, ich meine, so wohl... Hattest du dir nicht draufgekommen? Nee, da kann man nicht drauf kommen. Aber es ist präzise, ne? Ja. Klar, wenn jetzt jemand dient, dann wird es ja alt und stirbt. Das ist ja geil. Was für eine symbolische, klare Sprache. Wahnsinn. Echt, da wäre ich ja im Leben nicht draufgekommen. Das ist echt total krass. Ja, gut. Ja, mein Stiefvater habe ich das jetzt ganz klar nochmal gesagt. Mein Papa kümmert sich um dieses kleine Kind da. Gut. Gucken wir uns das Einstiegsbild nochmal an. Wie sah das aus? Wie sieht das jetzt aus? Also, ich bin da unten in dem Loch, aber da sind Gänge jetzt. Einer nach links, einer nach rechts. Und es ist breiter. Es ist jetzt wie... Es ist jetzt ausgehöhlt, wie so eine Kugel halt. Und nicht mehr so ein... Nur so ein Rohr. Ja, ich glaube, es ist gut, wenn ich da jetzt für ein paar Tage hinfahre oder so. Guck einfach immer, alles ist ein Prozess. Nie ist ein Ergebnis da. Also, wenn dann Schmerz hochkommt, du machst dich, es ist nur ein Zwischenergebnis. Es ist kein Endergebnis. Du musst dich nicht für ewig für ihn abwenden und so weiter. Das musst du wissen. Unterwegs ist immer alles ein Prozess. Das ist ganz wichtig. Sonst stolperst du über einzelne Steine.